Der Prolog von Orchid vom 19. November Gedenken Der heilige Prophet Obatia wurde im Dorf Betaram in der Region Sichem geboren. Er lebte im Hof des Königs Ahab, doch als sich der König von der wahren Anbietung abwandte und Götzen anbetete, folgte Obatia dem König nicht, sondern diente weiterhin dem einen wahren Gott. Als die boshafte Königin Isabel in ihrem Hass auf Elias eine Verfolgung gegen alle Propheten Gottes anstiftete, sammelte Obatia 100 von ihnen, verbarg sie in zwei Höhlen und versorgte sie bis zum Ende der Verfolgung. 1. König 18, Vers 4 Obatia war Zeitgenosse des großen Propheten Elias, verehrte ihn und diente ihm in allen Dingen als sein Anhänger und Schüler. Er lebte 900 Jahre vor Christos und schlief in Frieden. Der heilige Märtyrer Varlam wurde in Antiochia geboren. Wegen seines Glaubens an Christos, den Herrn, wurde er vom gottlosen Richter grausam gematert. Schließlich wollten der Richter verhöhnen, indem er ihn zu zwingen versuchte, den Götzen zu opfern. Dafür brachte er ihn in einen heidnischen Tempel und legte eine brennende Kohle und Weihroch auf seine Handfläche. Der Richter dachte, durch den Schmerz würde er den Märtyrer dazu bringen, die Kohle und den Weihroch vor den Götzen zu seiner Hand abzuschütteln und damit die Götzen unfreiwillig zu beräuchern. Doch der Soldat Christi hielt die brennende Kohle auf seiner Handfläche, ohne daran zu denken, sie vor den Götzen abzuschütteln, bis seine Finger durchgebrannt waren und abfielen und seine Handfläche völlig verbrannt war. Der heilige Vassilius sagt, er hatte eine rechte Hand stärker als Feuer. Obwohl die Kohle seine Hand verbrannte, hielt seine Hand noch immer das Feuer, als wäre es Asche. Chrysostomos schreibt, Die Engel schauten von der Höhe herab, die Erzengel sahen zu. Die Szene war majestätisch, sie überstieg wirklich die menschliche Natur. Siehe, wer würde nicht einen solchen Mann sehen wollen, der eine derartige Heldentat vollbrachte und doch nicht das fühlte, was die Menschen gewöhnlich fühlen. Ein Mann, der selbst sowohl der Opferaltar war, alt auch das Opfer und der Priester. Als die Hand verbrannt war, fiel der Leib des Altvaters Valam tot zu Boden und seine Seele ging ein in den Frieden unseres Herrn und Erlösers. Dieser herrliche, heldenhafte Altvater erlitt das Materium im Jahr 304. Der Gottgeweihte Valam und der heilige Yossaf, der Thronfolger, waren indische Asketen. Yossaf war der Sohn und Thronfolger König Abba Ners. Durch Gottes Vorsöhung besuchte ihn Altvater Valam, lehrte ihn den christlichen Glauben und taufte ihn. Danach zog sich der Altvater in die Berge zurück, um dort ein asketisches Leben zu führen. Doch Yossaf blieb, um mit Gottes Hilfe und mit vielen Versuchungen in der Welt zu kämpfen und sie mit Gottes Hilfe zu überwinden. Schließlich gelang es Yossaf, seinen Vater zu Christos zu bringen. Nach seiner Taufe lebte König Abba Ners vier Jahre in tiefer Reue, denn er hatte schwere Sünden begangen, indem er Christen verfolgte. Dann beendete er sein irdisches Dasein und ging in das bessere Leben ein. Der junge Yossaf übergab die Herrschaft über sein Reich, seinem Freund Bararias und ging in die Wildnis, um dort ein asketisches Leben und Christi Willen zu führen. Sein einziger Wunsch auf Erden war, seinen geistlichen Vater Valam noch einmal zu sehen. Der beherzige Gott erfüllte sein Verlangen und eines Tages stand Yossaf vor Valams Höhle und rief, Vater segne! Altvater Valam verbrachte siebzehn Jahre in asketischen Mühen in der Wildnis und lebte insgesamt einhundert Jahre. Der heilige Yossaf verließ sein Königreich im Alter von fünfundzwanzig Jahren und ging in die Wildnis, wo er fünfunddreißig Jahre lebte. Beide hatten große Liebe zum Herrn, brachten viele zum wahren Glauben und gingen ein in die ewige Freude ihres Herrn. Der heilige Märtyrer Heliodorus stammte aus der Stadt Magido in Pamphylien und litt für den christlichen Glauben in der Zeit des Kaisers Aurelian. Während seiner grausamen Foltern hörte eine Stimme vom Himmel, Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. In einen rotglühenden, ehrenden Ochsen geworfen, betete er innig zu Gott und Gott rettete ihn. Sogleich kühlte der ehrende Ochse ab und Heliodorus kam lebend heraus. Der Richter schrie ihn an, er habe irgendeine Zauberei vollbracht. Darauf erwiderte der Märtyrer, Meine Zauberei ist Christos. Er wurde enthauptet und ging zum Herrn. Lobeshymne Der Gottgeweihte war Alam und der heilige Joasaf der Thronfolger. Als Joasaf Krankheit, Alter und Tod betrachtete, geriet er in tiefe Scham über sein Leben. Siehe, auch ich kann gleicherweise krank werden und der Tod kann kommen, wenn ich ihn am wenigsten erwarte. Bitter leide ich mit den Leiden der anderen. Gibt es einen Lebenden, der das Geheimnis dieses Rätsels kennt und ein besseres Leben zur Offenbarung vermag? Das stieg vom unzugänglichen Berg war Alam herab und offenbarte dem jungen Thronfolger die Wahrheit. Und der Altvater sprach zu ihm über den einen Gott, über den Vater, der mit dem Geist und dem Sohn herrscht, über die Schöpfung der Welt und das Paradies, das Wundervolle, über den ersten Adam im Glanz des Paradieses, über die verfluchte Sünde, die uns den Tod brachte, über Christos, der das schwere Kreuz für uns trug, über das ewige Leben besser als dieses, über die unendliche Herrlichkeit des Reiches Christi. Als Joasaf den allweisen Varlam gehört hatte, dämmerte ihm ein helles Licht und es schwand die Dunkelheit der Nacht. Betrachtung Eine Erzählung des Altvaters Varlam für Joasaf Ein Mann floh vor einem Einhorn. Auf der Flucht fiel er in einen Abgrund und konnte sich an einem Baum festhalten. Als er dachte, er sei der Gefahr entronnen, schaute er nach unten und sah zwei Bären, die mit großer Ausdauer an den Wurzeln des Baumes nagten und damit beabsichtigten, den Baum zu fällen. Noch weiter unten sah er eine große und tödliche Schlange, die mit weit geöffneten Kiefern darauf wartete, ihn zu verschlingen, nachdem der Baum umgestützt wäre. Dann sah er noch vier kleinere Giftschlangen an seinen Füßen. Als er nach oben schaute, sah er eine kleine Honigwabe in den Zweigen. Er vergaß die ganze Gefahr, die ihn umgab, und streckte seine Hand aus, um diese kleine Süßigkeit im Baum zu erreichen. Die Deutung geht wie folgt. Das Einhorn bedeutet den Tod, der von Adam an bis heute den Menschen verfolgt, um ihn zu töten. Der Abgrund, der von allen Arten von Gefahren gefüllt ist, ist die Welt. Der Baum ist der Pfad unseres Lebens. Der weiße und der schwarze Bär sind der Tag und die Nacht, die einander abwechseln, um unsere Tage zu verkürzen. Die große und schreckliche Schlange ist die Hölle. Die vier Giftschlangen sind die vier Elemente, aus denen unser Körper zusammengesetzt ist. Die kleine Honigwabe im Baum ist jene kleine Süßigkeit, die das Leben dem Menschen anbietet. Oh, wann werden die Menschen lernen, nicht von dieser leeren Süßigkeit verzückt zu werden und die schrecklichen Gefahren, die sie umgeben und in das ewige Verderben ziehen, nicht zu vergessen. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Schöpfung der Welt, Genesis 1, wie Gott am sechsten Tag das Vieh und die Kriechtiere und die Wildtiere jedes nach seiner Art schuf, wie Gott sah, dass es gut war. Homilie über die Verherrlichung Gottes durch Jesus Christus Er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus, von allen Geschlechtern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Epheser 3, Vers 21 Ehre sei Gott! Ehre sei ihm in der Kirche! Ehre sei ihm durch Christus Jesus! Ehre sei ihm in aller Ewigkeit! Die Ehre gebührt niemandem wie Gott, noch kann jemand auf solche Weise Gott verherrlichen wie die Kirche. Christus ist derjenige, der Gott offenbart. Daher geschieht alle Herrlichkeit Gottes durch Christus, den Herrn. Die Kirche wird bestehen, bleiben, durch alle Geschlechter und Zeiten bis an das Ende der Welt. Sie ist der allreinste Leib Christi, erfüllt mit Macht, Weisheit und wunderbarer Kraft. Und von daher wird die Herrlichkeit Gottes durch die Kirche verkündet. Aus dem heiligen Ort, der einen Heiligen, aus der Reinhardt, der einen Reinen. Verherrlichung durch die Kirche ist Gott auch daher sehr kostbar, weil obwohl es in der Kirche viele Seelen und viele Stimmen gibt, sie doch alle einer Seele sind und mit einer Stimme Gott verherrlichen. Möge sich daher niemand von der allgemeinen Verherrlichung Gottes ausschließen. Und möge niemand denken, dass er besser sei, Gott auf eigene Weise zu verherrlichen, isoliert und abgetrennt, statt in der Einheit und Fülle aller Gläubigen zu verherrlichen. Es ist nicht wahr, dass ein Glied in der Menge verloren geht, dass seine Stimme vor Gott nicht gehört wird. Muss nicht die Hand mit dem Körper vereinigt sein, dass sie in der Lage ist, so zu arbeiten, wie sie sollte. So ist es mit jedem Glied des Körpers und so auch mit jedem Gläubigen. Wenn er betet in und mit der Kirche und das kann er sogar in der Wüste und sich nicht von der Kirche abtrennt, dann wird er von Gott leichter gesehen und gehört. Seine Seele findet ein schnelles Echo in den Seelen der anderen Gläubigen. Und so sind seine Gebete stärker, wenn er mit dem Leib der Kirche verbunden ist, als wenn er sich außerhalb davon befindet. O Herr Jesus Christus, nur von dir, in dir und durch dich können wir Gott verherrlichen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.